... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir hören auf Worte aus dem 13. Kapitel des ersten Korintherbriefes, das hohe Lied der Liebe. Paulus schreibt, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts Nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen und sie bläht sich nicht auf. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Und sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und wo die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, wird das Stückwerk aufhören. Und am Ende bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter Ihnen. Amen. Always on my mind, Willi Nelson. Maybe I can love you Quite as often as I could have Maybe I can treat you Quite as good as I should have If I made you feel second best Girl, I'm sorry I was blind You were always on my mind You were always on my mind Baby, I can hold you All those lonely, lonely times And I guess I never told you I'm so happy that you're mine Little things I should have said and done I just never took the time to man But you were always on my mind But you were always on my mind You were always on my mind Tell me Tell me That your sweet love hasn't died Forgive me Give me one more chance To keep you satisfied To keep you satisfied Little things I should have said and done Why it just never took the time You were always on my mind 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 Lieber Ariane, lieber Marc, vom alten Sokrates, dem Vater der abendländischen Philosophie, dessen Hobby es ja war, tagsüber durch Athen zu schlendern und mit den Leuten zu quatschen, seine Frau, Xantippe, fand das nicht so gut und wenn er das Haus verließ, dann gab es schon mal einen Eimer Jauche über den Kopf. Egal. Jedenfalls, der alte Sokrates war wieder unterwegs in Athen und da wird erzählt, dann kam ihm ein Typ nachgelaufen und auf dem Rat des Sokrates hörte man und der fragte ihn, Sokrates, weiser Mann, was ist richtig? Soll man heiraten oder soll man es sein lassen? Sokrates hat nicht so lange überlegt und hat gesagt, du was du willst, du wirst beides bereuen. Andersherum wurde auch oft gefragt, wie er es mit dieser Frau, Xantippe, aushält. Dann hat er gesagt, wer mit der leben kann, wer kommt mit jedem Menschen klar. Das ist jetzt natürlich überhaupt gar nicht auf euch beide gemünzt. Ja, mir geht es um diese Antwort da so ein bisschen. Tu was du willst, du wirst beides bereuen. Ihr habt euch diese Frage auch gestellt, aber euch ganz allein, ihr habt nicht irgendeinen Klugscheißer um Rat gefragt. Und ihr habt euch entschieden, seit gestern seid ihr das Ehepaar Bittner. Ihr habt getan, was ihr wollt. Und nicht, was andere denken oder raten oder abraten. Das sind ja wohl immer ein paar mehr, die so negative Erfahrungen mit der Ehe haben und die dann grundsätzlich schlecht reden. Aber wir schaffen ja auch nicht die Zahlen ab, bloß weil manche nicht rechnen können. Von daher habt ihr getan, was ihr wollt. Und diese Entscheidung ist ja nicht plötzlich vom Himmel gefallen, sondern ihr kennt euch über 26 Jahre. Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Viele von denen, die heute hier mit euch feiern, die hatten da noch nie mal ein Gürtel um die Hose. Ja? Vor 26 Jahren. Am Freitag, war es doch wohl, 8. Februar 1985, hat Kutte, ist der heute hier, dein Kumpel? Ja, wo ist denn der? Ach, da ist er. Da hat Kutte seinen Kumpel Marc in eine Kuhdarmdisco geschleppt. Und eben da war Ariane Siegel. Und was daraus geworden ist, das sehen wir heute. Zwei Ex-Weddinger feiern Wedding. Schickes Wortspiel. Und mit euch wünschen wir, dass ihr euren Schritt nie bereuen werdet. Ihr beide, wir alle wissen, ich auch, dass es für das Gelingen einer Ehe keine Garantie gibt. Nicht die standesamtliche Urkunde, dem Siegel von Reinickendorf garantiert das, nicht die Trauerkunde, noch nicht der feuchte Händedruck des Pfarrers. Aber es gibt einen guten Rat. Nicht von Sokrates, sondern so knapp 500 Jahre später von Paulus. Und den habe ich ausgesucht, diesen guten Rat als Trauspruch für eure Ehe. Da heißt es im ersten Korintherbrief, im 16. Kapitel, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Nicht mehr und nicht weniger wird nötig sein. Denn ohne die Liebe ist alles nichts. Selbst das Tragen einer Kutte ist ohne Liebe zum Club nichts, sondern nur verkleiden. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Das soll euer Wort sein. Das kann man sich gut merken. Das geht einem vielleicht auch noch leicht über die Lippen. Aber es ist nicht ganz so einfach, das zu leben. Denn Liebe, und das hat der junge Nazarener, den man Christus nannte, das hat er versucht, den Menschen begreiflich zu machen, Liebe ist dem anderen immer sein Du lassen. seine Persönlichkeit. Oder anders gesagt, lieben heißt, einen anderen Menschen so sehen zu können, wie Gott ihn gemeint hat und nicht wie ich ihn gemeint habe oder gerne basteln würde. Und wenn einer zum anderen sagt, ich liebe dich, dann denke ich, schwingt das genau immer damit. mit dir, so wie Gott dich gemeint hat, so wie du bist, möchte ich mein Leben leben. In eurer Ehe soll jeder Du bleiben. In eurer Ehe soll jeder seine Biografie einbringen dürfen. Was ist denn das da? Aggregate. Der liebe Gott ist das nicht. In eurer Ehe soll jeder seine Geschichte, seine Begabung, aber auch seine Fehler und Macken einbringen können. Deshalb heißt es manchmal auch, dass man das Du des anderen aushalten und ertragen muss. Rumbasteln am anderen macht alles kaputt oder den anderen wie ein Malbuch benutzen, ein leeres, wo ich so meine Farben eintrage, meine Lieblingsfarben bis er mir gefällt, macht alles kaputt. Ihr beide, ihr kennt euch sehr lange und ihr habt das wohl auch immer so gehandhabt. Ich muss euch ja nichts erzählen. Dem anderen sein Du lassen und vor allem auch im Vertrauen seine Freiheit lassen. Ich glaube, Marc könnte vieles auch für den Club hier nicht tun. Wenn du ihm das nicht geben würdest, Ariane, und den Rücken frei halten würdest, da kann man mal klatschen, ja, so eine Frau. Bravo! Und so ist eure Beziehung über die Jahre nie zum Gefängnis geworden für den anderen. Alle eure Dinge habt ihr in der Liebe geschehen lassen. Im guten, wie in schlechten Zeiten, wie es heißt. Eure gemeinsamen Jahre haben euch geprägt und ihr wisst und ihr habt erlebt, wie es ist, wenn von heute auf morgen scheinbare Sicherheiten wegfallen. Ihr wisst, wie es ist, wenn von heute auf morgen scheinbare Freunde versuchen, die Beine wegzuhauen, die Beine wegzuhauen und alles zusammenzubrechen drohen. Auf diese schlechten Zeiten habt ihr gemeinsam durchgestanden, habt euch durchgekämpft und verlässlich zueinander gestanden. Die Chemie stimmt, sagt man, und wir wissen noch aus dem Chemieunterricht, erst unter Druck und Hitze entstehen die besten Verbindungen. Die beste Verbindung, weil einer sich an der Liebe des anderen festhalten kann. Das ist nicht selbstverständlich, sondern, wie ich als Pfarrer natürlich sage, ich denke, wie auch ihr denkt, das ist ein Geschenk Gottes und das ist ein Segen und der möge bei euch bleiben. Lasst alle eure Dinge in der Liebe geschehen und haltet euch daran fest und ihr werdet den alten Sokrates Lügen strafen, ihr werdet es nämlich nicht bereuen. Amen. Amen. Und jetzt kommen die Scherben, halte ich an deiner Liebe fest. Wenn niemand bei mir ist, du denkst, dass keiner dich sucht und du hast die Reise ins Jenseits vielleicht schon gebucht. All die Lügen geben dir den Rest. Halt mich an deiner Liebe fest. Halt mich an deiner Liebe fest. Wenn der Frühling kommt und deine Seele brennt, du lachst nachts auch aus deinen Träumen oder da ist niemand der bei dir pennt. Wenn der, auf den du wartest, dich sitzen lässt, halt mich an deiner Liebe fest. Halt mich an deiner Liebe fest. So, und jetzt machen wir die Sache fest. Ich bitte euch beide, hier zu mir an den Tisch zu kommen. Hört nun die Worte der Heiligen Schrift für euren gemeinsamen Weg. Da heißt es im Buch Genesis, im ersten Buch Mose, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau und Gott segnete sie und er sprach, seid fruchtbar und wehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Und Christus spricht im Matthäus-Evangelium, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und Paulus schreibt im Epheserbrief, ertraget einer den anderen Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Amen. Aus den Worten der Bibel habt ihr gehört, wie Gott euch in der Ehe leiten und segnen will. Da ihr für eure Ehe den Segen Gottes begehrt, so frage ich euch vor Gott und vor dieser Gemeinde hier. Mark Bittner Willst du diese Ariane Bittner, geborene Siegel, die Gott dir anvertraut als deine Ehefrau annehmen? Sie lieben und ehren und die Ehe mit ihr nach Gottes Gebot und Verheißung führen in Guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? So antworte bitte Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Ariane Bittner, geborene Siegel, Willst du diesen Mark Bittner, den Gott dir anvertraut, als deinen Ehemann annehmen, ihn lieben und ehren und die Ehe mit ihm nach Gottes Geburt und Verheißung führen, in guten wie in schlechten Tagen, bis der Tod euch scheidet, so antworte bitte Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Jetzt bitte ich Klaus, der soll die Ringe haben, Trauzeuge nach vorn, dass ihr euch die Ringe, hat er nicht verwummelt, überreicht. Und dann gebt einander die Trauringe und tragt sie als Zeichen eurer Liebe und eurer Treue. Friede für dich und Friede für dich. Alles, was gut ist und glücklich macht, das komme über euch beide. Gott, der du gerufen hast, Mensch und der Mensch wurde geboren und der du den Menschen saßt, trostlos und einsam, der du ihn dann als Mann und Frau geschaffen hast und der du alle Wege umgebogen hast, damit diese beiden sich finden, vollende und segne sie und bewahre sie in der Liebe. All ihre Dinge lass in der Liebe geschehen. Amen. Und jetzt Küsse. Das ist eure Traururkunde, schon gerahmt, dass die nicht so irgendwie in den Akten verschwindet, wird sie auch nie, und dann die bei euch hängt. Traururkunde, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. 1. Korinther 16, 4. Mark und Ariane Bittner am 25. Juni 2011 im Headquarter Rolling Wheels MC Frank Schneider Pfarrer, bitteschön. 20. Juni 2011 1. Juni 2011 2014 D-Wolf Laumarks 2. Juni Ellen 1. Juni some Oh, sehe ich jetzt jetzt nicht erst. Nee, war überhaupt nicht. Das говорит zu selten three. Ist noch nicht zu Ende. Ist ja witzig. Sit! Wir wollen noch beten für unser Brautpaar.